willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke eine neue folge pokémon go ich weiß nicht mal was ich sagen soll thomas fliegt hier in der gegend rum wrestling ist drauf wir wussten irgendwas ändert sich genau alles klar fan rates und so hin und her jetzt plötzlich kommt meldung hier änderungen fan rates oh man kann fan rate passe auch durch feldforschungs durchbrüche bekommen siehst du wir haben uns sorgen gemacht dass irgendwie das den bach runter geht dabei führen sie coole features eigen wie die leute auch so an fan rate passe kommen genial von wegen einschränkung oder irgendwas anderem ihr hört es halt hier vielleicht jetzt ein bisschen ich bin immer noch mitten im umzug privat viel los gibt es ja alles auf hast da stress hast star streit hast da probleme jetzt nehmen sie dir nientik kommt und nimmt dir jetzt auch noch im prinzip alles das klingt wie viele total übertrieben aber ich hatte eine tolle zeit auf dem kanal gerade rates für zuschauer hat mega spaß gemacht mit euch gerade wenn man ein bestimmtes pokémon als hundertprozentiges bekommen wollte und hat exzessiv mit geradet und gemacht und getan zusammen mit seinen freunden auch übereinladungen interaktionen gemacht die raid mania raid mania punkte verdienen die raid stunde das highlight mittwoch mein lieblingstag immer raid mania und wrestling und alles und raid am mittwoch und jetzt ändert sich alles und das schon bald wollen wir erstmal den artikel vorlesen ja ich bin gerade ein bisschen aufgelöst muss ich sagen weil weil ich noch eine stunde warten muss bis der crazy o endlich kommt weil der noch essen geht mitten in der nacht und der eh den ganzen pc neu aufsetzen will danach eh nichts mehr geht dann ist man wenigstens weg vom fenster keine raids mehr kein ramses keine streams keine videos jetzt fliegt noch das mikrofon weg so so hibbelig ist man das von einem pilsator änderungen an den fanrate kämpfen in pokémon go trainer wir möchten euch über änderungen an den fanrate passen in pokémon go informieren durch dieses soll die spielmechanik ausgeglichen und sichergestellt werden dass sie auch in zukunft freude am spiel habt wie komplett behindert ist dieser satz gibt es denn irgendjemanden der gerade keine freude am spiel hatte durch fanraids der sagt früher war das spiel voll cool und die fanraids haben mir den spaß genommen durch fanraids hattet ihr die option nicht nur mit den leuten in eurer stadt zu raiden sondern auch mit leuten die ihr mal auf einem go fest kennengelernt habt bei einer safari zone kennengelernt habt mit denen ihr euch angefreundet habt wo ihr euch freunde gesucht habt in diversen gruppen auch für die postkarten die vivillon sonst was leute aus amerika leute aus japan verschiedene zeitzonen raids dies nur in bestimmten gebieten gibt das war doch toll das hat auch spaß gemacht das war doch super man es hat eigentlich auch sinn gehabt dass man freunde hatte die nicht in das in dieselbe schule gehen wie du sondern die einfach gar keine schule besuchen weil es in ihrem land nicht mehr eine schule gibt so weit konnten die auseinander sein und trotzdem konnten die zusammen dieses spiel spielen und das hat zusammen geschweißt aber nein eigentlich sieht das ja irgendwie anders dass das alles kaputt ist wegen den fanraids deswegen steht man plötzlich alleine am raid nicht weil vielleicht manche leute einfach nicht mehr spielen und man deswegen alleine dort steht nein nur weil es fanraids gibt steht man allein ohne fanraids könnte ich viele raids einfach gar nicht machen ich könnte keine einladen ich könnte alleine mit einem account an der arena und kann nichts mehr machen das macht keinen spaß spaß hat es gemacht zu wissen ich kann ein paar leute einladen und die machen mit mir den raid und dann geht es ab diese änderungen treten am 6 april 23 um 20 uhr in kraft hätten die das jetzt am ersten april rausgehauen die nachricht das wäre bestimmt voll lustig weil das ist dann der erste april scherz aber es ist gerade 30 dritte oder hätten sie jetzt geschrieben diese änderungen treten am ersten april in kraft dass man denkt das ist ein april scherz aber es scheint ja wohl komplett geistige umnachtung zu herrschen beinah jentig und dann werden auch noch die preise erhöhen war kann ich weiterlesen guckt ja das preis änderungen der preis für drei fanraidspässe wird auf 525 poko münzen erhöht wie viel haben jetzt drei gekostet 300 und jetzt kosten drei stück nicht 300 sondern 525 wer ist da noch bereit geld für auszugeben wenn du bestraft wirst jetzt weil du mit deinen freunden raid ist derjenige der mit zehn accounts alleine an der arena steht der ja die ruhe weg der schafft sein raid der verstößt gegen die richtlinien aber der schafft sein raid mit seinen zehn accounts derjenige der alleine dort steht und spielt mit seinen freunden zusammen weil in seiner stadt keiner mehr spielt andere einlädt der muss jetzt tief in die tasche greifen der wird bestraft weil der dieses spiel noch spielt der einzelne preis des fanraidspässe steigt auf 195 poko münzen im shop könnt ihr drei premium kampfpässe für 250 poko münzen erwerben premium die vor ort das ist eine besserung thomas oder statt 300 250 ok ist auf jeden fall was außer wenn du dann guckst wenn du für 1495 coins einfach mal so 20 pässe kriegst dann steht halt allein an eurer arena rum und freut euch dass ihr so viele pässe gekauft habt und so viel geld gespart habt und die nicht los werdet wenn ihr im falschen ort wohnen natürlich in amerika in saragossa in was weiß ich da könnt ihr eure pässe rauswerfen wie ihr wollt spooft einfach spooft hört auf ihr habt niemanden also spooft einfach dann könnt ihr vor ort raiden dann geht an die hotspots sammelt euch alle an den hotspots macht das spiel noch mehr so ja für euch spielt für euch alleine spielt nicht mehr mit anderen das ist jetzt verboten denn das wird teurer das wird eingeschränkt teilnahme begrenzung ihr könnt maximal an fünf fernrad kämpfen pro tag teilnehmen fünf spekuliert wurde sechs das war schon behindert man dachte das wort ist ein platzhalter sechs jetzt sind es fünf wenn wir mittwoch raid mania gemacht haben waren durchschnittlich 15 bis 20 rates die zustande kamen das heißt eine stunde lang haben wir durchgeradet hatten übelst bock hatten übelst spaß es war richtig genial und hat zwei glückseier an es war einfach genial jetzt heißt das raid stunde mittwoch raid mania fünf leute können mich einladen zu ihrem raid und dann ist feierabend spar ich geld spar ich geld spiele nicht mehr so viel app wird zur seite gelegt und macht dann andere dinge fortnite zocken genau diese begrenzung kann bei besonderen events geändert oder erhöht werden das heißt sie können es auch noch weiter runter schrauben heute am anti-raid tag können die nur einen raid machen sonst nichts bei events gibt es das doch schon was weiß ich nicht davon weiß ich nichts und was ist damit und was ist damit ja und was ist damit ja das ist doch aber trotzdem es geht doch um fan raid pässe und dass das erhöht werden kann von fünf auf mehr hat doch mit vor ort raids top raids nichts zu tun ihr seht die nerven liegen blank die leute kollabieren fangen schon an die agression in den menschen kommen hervor die schlagen sich jetzt schon die die köpfe eigenverbal wegen dieser scheiße von nientik fan raid pässe hey fan raid pässe können als belohnungen für forschungsdurchbrüche erhalten werden für fan raid pässe die durch forschungsdurchbrüche erlangt werden gilt weiterhin das bestehende inventar limit von drei fan raid pressen pressen pro trainer wenn ihr einen fan raid pass durch einen forschungsdurchbruch erlangt dann das bestehende inventar limit von drei aber erreicht ist erhaltet ihr einen premium kampf pass also guckt dass ihr nicht drei fan raid pässe im inventar habt macht dann erst euren feld forschungsdurchbruch sodass ihr dort vielleicht einen kriegt aber wenn ihr eh drei habt dann ist das nicht dass ihr nichts kriegt dann kriegt ihr wieder einen grünen so bonbon xl bei der teilnahme an raid kämpfen der stufe 5 erhaltet ihr mehr xl bonbons als zuvor das ist ja schön aber gefühlt dann halt auch eher vor ort also hier müsste allgemein für beides gilt aber wenn ihr ja nicht so viel fernreden könnt bleibt das farmen der xl wieder an den vor ort raids hängen wo meistens wieder die leute fehlen und so ich lese mir jetzt gar nicht auch durch was hier unten noch weiter steht das ist bestimmt wichtig aber kommen wir warte mal wir lesen mal kurz seit der einführung im jahr 2020 haben fan raid pässe die spielmechanik auf eine weise geprägt die wir nicht beabsichtigt haben ihr dämlichen sie wollen nicht dass wenn man zusammen mit seinen freunden spielt genau durch die belohnung mit zusätzlichen xl bonbons und andere neue features möchten wir noch mehr anreiz schaffen pokémon go persönlich mit euren freunden ja wenn man keine hat familienmitgliedern ja wenn man keine hat unter community zu spielen ja wenn es keine gibt meine community ja wie will ich denn mit der spielen fan raid pässe sollen weiterhin in pokémon go verfügbar sein zu überteuerten preisen um euch den letzten Pfennig aus der tasche zu ziehen wir glauben jedoch dass die vorgenommene änderung für die langfristige entwicklung des spiels notwendig ist oder den absoluten tod bedeutet aber uns egal wir haben genügend geld geschäffelt und wir treffen diese entscheidung nicht leichtfertig wir haben gewürfelt wir sind der meinung dass dies ein wichtiger schritt auf dem weg zu unserem ziel ist das einzigartige spielerlebnis von pokémon go endgültig zu verbannen zu gewährleisten und natürlich auch zu verbessern einem spiel das ihr hoffentlich auch in zukunft noch lange hinterher heult könnt habt das team von pokémon doof so möchte man da noch was hinzufügen ich weiß es nicht das war es von meiner seite aus wir sehen uns bei fortnite ciao peace out forhaut euer pokémon doof es das war es auch es